Hallo Freunde und halt einfach deinen Maul. Willkommen zum ersten Teil der Böse-Kommentare-lesen. Ihr könnt mir gerne noch weitere böse Kommentare in die Kommentare schicken. Wenn ihr welche habt, dann support aufs damit. Wieso guckt ihr überhaupt meine Videos? Ich bin nur ein wertloser Kanal, der neun Abonnenten hat. Hört auf mich an zu gucken. Egal, ich hab's mir schon eingekündigt, wir werden heute böse Kommentare lesen. Und kann anfangen. Ich möchte, dass egal, ob ihr jetzt wollt, dass ich nicht eure Namen sage, sag ich trotzdem und hab sie voll verdient. Erstens von Jona Kopp. Opfer. Opfer. Das steht dann O-P-F-R. Opfer. Ist da irgendwie Türke oder so? Die meisten Kommentare wurden eigentlich von Tortillaman. Geschrieben. Ja. Nächstes. Nächster Kommentar. Von Tortillaman. Tortill... Keine Ahnung. I. Wie redest du? Wää. Ähm. Ich rede so. Wie ich rede. Du wää. Nächster Kommentar von oberzuckerneutausend. Du kannst doch nicht mal deutsch. Äh. Äh. Irgendwie 30 gestört oder so. Nächster Kommentar von Tortillaman wieder. Hast du ne Redestörung? Hätte ein bisschen an Fragen und Antworten Video gepasst, aber... Ja. Falls du noch fragen willst, warum. Schreib's gerne in die Kommentare für meine nächsten Frage und Antworten Video. Schon wieder ein Kommentar von Tortillaman. Du bist so peinlich. Danke. Du auch. Schon wieder von Tortillaman. Muss ich eigentlich nicht mehr sagen, weil die ganzen Kommentare nur noch von Tortillaman kommen. Also, ja. Du bist so ein Opfer. Wenn ich ein Opfer wäre, wäre ich in den nächsten paar Minuten tot. Mal sehen, ob ich in den nächsten paar Minuten sterbe. Wir sind gerade bei der... ...zweit Minute und 30 Sekunde. Ähm. Ähm. Ja. Nächster Kommentar von Tortillaman. Hässlich. Opfer. Wie oft willst du noch Opfer sagen? Du bist so hässlich. Danke. Danke, Freund. Ich bin stolz auf dich. Dass wenigstens einer sieht, dass ich hässlich bin. Ich bin stolz auf dich. Naja, das waren alle Kommentare, die hier draufstehen. Und ja. Wir sind nur bei der dritten Minute. Bleiben wir hocken. und warten, dass uns jemand umbringt. Hm, 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 hm. T-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts-ts. Alter, wie lange dauert das? Boah, alter. Ich glaube, langsam lügst du mich an. Blah!